Ja, hier ist unser friedliches Königreich Schweden, das wir auch bewahren wollen. Wir wollen König bleiben, aber es gibt viele Probleme. Es gibt viele Probleme. Die Revolution hat das Land erfasst, bzw. möchte das Land erfassen. Vielleicht so, Staaten in Aufruhr. Wir haben sogar Norland ist in Aufruhr. Schaut euch das an. Norland ist in Aufruhr. Warum? Weil es dort Radikale gibt. Macht Sinn. Wir können die Anzahl an Radikalen reduzieren, indem wir sicherstellen, dass die Bedarfe, die Bedürfnisse von Pops erfüllt werden. Wir können mal ganz kurz gucken, warum haben wir so viele Radikale. Also natürlich einmal, weil wir hier, wir wollen gerade die Wohlfahrtskrankenhäuser einführen. Aber eigentlich haben wir da einen hohen Unterstützungswert von 49,2%. Ich glaube nicht, dass Norland deshalb im Aufruhr ist, oder? Schauen wir mal hier. Also, was haben wir denn hier? Wir haben plus 20% Steuerverschwendung. Und das äußert sich auch daran, dass wir jetzt relativ wenig Geld haben. Und unsere Eisenbahn ist natürlich auch noch zusätzlich teuer. So, was haben wir denn hier? Radikale Pops. Ja, aber ich hätte gerne gewusst, warum die Radikale sind, eigentlich gesagt. Hier steht leider nur, dass wir minus 15% durch Gesetzesüter haben und minus 5% durch öffentliche Polizeidienststellen. Aber warum die Leute? Vielleicht muss ich auf Bevölkerung gehen. Da können wir das vielleicht sehen. Anziehung Mittel, Arbeitslose 2480. Das hilft uns aber auch nicht weiter. Sehen wir hier vielleicht, wer radikal ist? Oder müssen wir da die Einzelnen angucken? Nein, doch hier. Die sind darbend. Die sind verarmt. Der Lebensstandard beeinflusst die Wachstumsgeschwindigkeit. Der Lebensstandard ist im Moment bei der... Ne. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist bei minus 0,92. Warum sind die darbend? Warum haben sie so einen schlechten Lebensstandard? Das ist die Frage. Sehen wir das hier irgendwie? Sie wollen mindestens verarmt sein. Das verstehe ich auch. Dass sie nicht darbend sein wollen. Aber warum haben die so einen niedrigen Wohlstand? Können wir das herausfinden? Das sind die Arbeiter. Die Arbeiter, die verdienen wahrscheinlich zu wenig. Schätze ich. Die arbeiten hauptsächlich in den Eisenminen, so wie ich das hier sehe. Okay. Dann haben wir hier noch auch Arbeiter für den Viehhöfen. Die sind auch verarmt. Sie möchten gerne verarmt 12 sein. Sie sind aber verarmt 11. Okay. Dann haben wir hier noch die Fischereianleger, die auch verarmt sind. Und die hier auch. Die sind arbeitslos. Die sind auch verarmt. Die sind darbend. Die sind auch arbeitslos. Und nochmal arbeitslos. Okay. Viele sind arbeitslos. Ja, auch arbeitslos. Okay. Also viele arbeitslos. Die hier sind auf den Viehhöfen. Die auf dem Hafen. Okay. Das Problem ist, die verdienen irgendwie nicht genug, die Leute. Können wir das ändern? Wie schaut es hier aus? Haben wir ja auch radikale bei den Verkäufern. Bei den Verkäufern ist alles Tutti. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Die Büroangestellten auch. Obwohl wir da auch ein paar arbeitslose haben. Hier haben wir auch arbeitslose, deren Lebensstand ein bisschen zu niedrig ist. Maschinisten. Maschinisten. Okay. Bei den Bürokraten. Wie schaut es da aus? Da ist alles okay. Bei den Bürokraten. Ja. Bei den Landwirten. Auch alles gut. Na, ich komme immer wieder bei den Bürokraten raus. Bei den Klerikern. Auch alles gut. Dann bei den Kapitalisten wahrscheinlich auch. Jawohl. Die sind eh wohlhabende Aristokraten. Nee, hier. Guck mal. Die Aristokraten sind tatsächlich auch verarmt. Auf 14. Sie möchten gerne 20 sein. Die Aristokraten, die auf Substitzenzhöfen arbeiten. Interessant, dass die 180 Aristokraten auch verarmt sind. Irgendwas läuft in Norland falsch. Muss man einfach sagen. Ja. Die Fischer und die Eisenminen machen keinen Gewinn. Die Viehhöfe aber eigentlich schon. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wir haben aber null Bauern und dafür 2000 Arbeitslose. Wir haben fast Vollbeschäftigung, wenn ich das richtig verstehe. Stellt jemand ein, die Eisenminen würden einstellen. Ja, vielleicht regelt sich das auch von alleine, wenn die Eisenminen Leute einstellen. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich die Infrastruktur, oder? Plus 20% Eisenminendurchsatz haben wir hier. Und mehr Holzindustrie-Durchsatz, ja. Ich glaube, die Eisenminen sind hier tatsächlich das Problem. Sehen wir hier irgendwo, wo das Problem ist? Die Clipper sind relativ teuer. Die Clipper sind zu teuer. Wir müssen günstigere Clipper besorgen für unsere Fischer. Okay. Und was haben wir hier? Werkzeug, ja. Das werden wir sowieso demnächst durchgehen. Und das Eisen ist gleichzeitig zu billig. Ja, wir werden beides regeln, indem wir Werkzeug bauen. Werkzeugmacher bauen. Haben wir schon gebaut, glaube ich sogar, oder? Haben wir, glaube ich, sogar schon gebaut. Schauen wir nochmal ganz kurz. Werkzeugfabriken, hier. Die sind auch unproduktiv. In Swerland und in Skorne. Warum sind die unproduktiv? Eigentlich müssen die doch produktiv sein. Werkzeug dürfte doch nicht so billig sein. Merkwürdig, ne? Nummer 1 Werkfabrik, wahrscheinlich, warte mal, ich lasse mal kurz laufen, ja. Nummer 64 Werkfabriken und Nummer 1945ste Fabrik in der Welt. Ja, das wundert mich nicht. Die sind nicht so produktiv. Wenn wir Stahlwerkzeuge machen, dann könnten wir produktiver sein. Aber dafür bräuchten wir Stahl. Vielleicht sollten wir das das nächstes Mal angehen. Das Stahl, weil dann wird nämlich auch das Eisen mehr verbraucht. Und dann wird Eisen teurer. Was natürlich die Werkzeugfabriken ein bisschen belastet, aber die sind ja eh positiv. Aber dafür die Eisenfabriken verbessert. Und das sollten wir wohl jetzt mal am besten gleich mal machen. Wo brauchen wir Unterstützung? Hier hätten wir tatsächlich noch genug Bauern. Wenig Arbeitslose, aber genug Bauern. Die dort arbeiten können, ja. Dann machen wir tatsächlich, ich glaube, hier sind sogar noch ein bisschen mehr. In Göterland bauen wir eine Stahlfabrik. Obwohl, eigentlich wäre es in Swerland auch nicht schlecht, weil wir da ja eh schon die Eisenbahn bauen. Hier haben wir, glaube ich, weiterhin das Problem, ja. Hier bräuchten wir eigentlich auch eine Eisenbahn. Aber ich baue jetzt einfach mir hier eine Stahlfabrik. Stahlfabriken haben wir hier noch nicht, oder? Kurzer Blick, haben wir eine Stahlfabrik. Nein, das schaut so nicht aus. Stahlwerke. Können wir in Göterland bauen. Ja, das ist der erwartete Profit, aber ich glaube, der wird sich noch verändern. Die Kohle wird teurer werden. Eisen wird ungefähr gleich bleiben. Und Stahl wird auch günstig bleiben. Ja, weil wir noch nicht so viel Stahl verbrauchen. Wir verbrauchen ja dann Stahl, sobald wir unsere Fabriken auf Stahl umstellen. Deswegen werde ich jetzt mal in Göterland eine Fabrik bauen. Und in Skone auch. Ne, in Skone nicht. Da haben wir ja schon Probleme mit der Bevölkerung. Ich hoffe, das wird bald mal beschlossen, damit wir hier die Unruhe wegbekommen. Weil das nicht so besonders schön. Und die Eisenbahn sollte gebaut werden, ja. Das wäre toll, wenn wir die Eisenbahn bauen könnten. Wir können theoretisch bald Krieg gegen Dänemark führen, aber mit der ganzen Unzufriedenheit, das wird schwierig dann, ne. Unproduktive Handelsrouten haben wir nicht. Wie schaut es mit den Preisen aus? Kleidung ist immer noch sehr teuer. Fisch ist relativ teuer. Das sollte aber dann eigentlich heißen, dass die Fischereien Gewinn machen. Warum machen die keinen Gewinn, wenn ein Fisch so teuer ist? Eisen ist teuer. Der Rest ist okay. Vielleicht Tuch noch ein bisschen. Tuch und Dienstleistungen, ja. Oh, schaut mal. Da hat sich einiges jetzt getan. Wein, Spiritosen, Papier, billiger geworden, Dienstleistungen, billiger geworden, Kriegsschiffe, teurer geworden, Öl, Luxus, Bleidung, Eisen, Eisen ist teurer geworden. Eisen ist ziemlich teuer geworden, weil wir jetzt so viel bauen wahrscheinlich wieder. Aber die Eisenbahn ist gleich fertig. Jetzt ist die Eisenbahn fertig. Sehr gut. Die Eisenbahn ist fertig. Schauen wir uns das gleich mal an. Was bringt das? Da sind wir jetzt bei 59 von 68. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt wieder genug Infrastruktur erzeugt. Jetzt haben wir sogar 71. Die Eisenbahn wird sogar noch ein bisschen ausgebaut. Okay. Hier bräuchten wir auch eine Eisenbahn, aber nicht ganz so dringend, aber tendenziell ja auch. Würde ich sagen. Definitiv. So, der Aufruf geht glaube ich nach unten, oder? Kann das sein? Ne, jetzt geht er wieder ein bisschen nach oben. Ja. Die Dienstleistungen sind sehr teuer geworden. Fisch ist günstiger geworden. Das freut mich. Schauen wir mal, wenn wir die Stahlfabrik haben und wir dann, oh, die biologische Kistform, was ist hier los? Und dann Richtung Stahl gehen, ob wir da vielleicht noch was verändern können. Eine Affäre zwischen Axel Mörner und dem Partner von Henning Dixon ist uns zu Ohren gekommen und droht nun sich auf sein öffentliches Ansehen auszuwirken, wenn wir den General nicht absetzen. Wir brauchen nach wie vor einen General und das sind persönliche Angelegenheiten. Wir werden einfach sagen, Henning Dixon hat ja auf der falschen Toilette gesessen. Henning Dixon bekommt die Eigenschaft Syphilis. Oh. Tja, was ist denn da passiert? Eine Affäre zwischen Axel Mörner und dem Partner von Henning Dixon. Den Partner von Henning Dixon, also der Frau von Henning Dixon, nehme ich mal an. 10% Chance, dass Henning Dixon alkoholsüchtig wird und 19% Chance, dass nichts passiert. Axel Mörner bekommt die Eigenschaft Syphilis, denn die Industriellen erhalten die vertuschte Affäre und kriegen nochmal Minus 1. Das ist schlecht, weil die Industriellen mögen uns eh schon nicht, glaube ich. Ups, Industrielle. Sind wütend auf Minus 10, ja. Wir können einem solchen Menschen nicht vertrauen, Axel Mörner wird zurücktreten und Henning Dixon bekommt trotzdem Syphilis und die Industriellen kriegen Plus 1. Ja, das machen wir mal. Wir brauchen Axel Mörner nicht unbedingt, unseren Befehlshaber. Dann haben wir jetzt erstmal keinen Befehlshaber, das ist schon okay. Ein General ist gestorben, er ist nicht gestorben, er ist nur zurückgetreten. So, Färbemittel werden teurer auch. Sehr viel teurer, schaut mal, von 10 auf 42. Haben wir nicht auch Färbemittel hergestellt? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, dass wir bald wieder produktiv werden, aber ich befürchte, schaut im Moment eher schlecht aus. Selbst wenn wir nicht mehr bauen, schaut es eher schlecht aus. Tja, läuft die Zeit, jetzt läuft die Zeit. Jetzt läuft die Zeit wieder. Wir schaffen es irgendwie nicht, unser Bruttoinlandsprodukt stark zu steigern. Ein bisschen haben wir es gesteigert, aber jetzt stagniert es schon seit einiger Zeit. Hmm, das ist ein Problem, tatsächlich. Das könnte ein Problem werden. Preußen übrigens führt hier sehr erfolgreich Krieg gegen Russland, hat einen großen Teil von Russland irgendwie annektiert. Mal schauen, was da rauskommt beim Friedensschluss. Österreich geht, also Österreich und Preußen hätte dann ungefähr eine gerade Grenze. Interessant. Mal schauen, was da noch weiter passiert. Jetzt haben wir viele Verwarnungen. Teure Militärware, die Artillerie ist teuer. Marktzugraf im Neuland liegt nur bei 90%. Und, ah, wir brauchen mehr Konvois. Wir brauchen mehr Konvois. Ja, wir brauchen Klipper und Konvois. Das passt doch eigentlich ganz gut. Beziehung verbessern. Großfürstenturm Finnland. Okay. Und hier sind Motoren teurer geworden, aber Kohle und Transport sind billiger geworden. Okay. Wein auch, Spiritosen auch billiger geworden. Okay, gut. Mehr Klipper und mehr Konvois. Bedeutet mehr Häfen. Wir könnten hier einen Hafen bauen, dann würden wir nämlich auch unsere Infrastruktur verbessern. Das könnten wir machen. Der Hafen bringt uns Konvois. Verbraucht aber noch mehr Klipper. Das heißt, wir bräuchten auch noch Klipper-Produktion. Das haben wir, glaube ich, hier in den Schiffswerften. Ja. Das ist die Schiffswerfte, wo wir auch Segelschiffe herstellen. Das heißt, wir sollten die hier nochmal stärken. Kriegsschiffe sind nicht das Problem. Dann haben wir noch ein paar mehr Klipper. Dann mache ich jetzt einfach mal. Stellen wir nochmal eine her. Oder warten wir, bis die Investitionsform gestiegen ist. Wir warten, bis die Investitionsform ein bisschen gestiegen ist. Wir müssen auch ein bisschen sparen. Ja. Wir müssen ein bisschen sparen. Österreich. Verbessert nicht bei unseren Beziehungen. Okay. Hier sind wir wieder bei einem Viertel. Bin gespannt, ob wir es dieses Mal schaffen. Es ist leicht gesunken. Wir waren schon bei 49%. Es ist leicht gesunken. Eingeschränkte Kinderarbeit können wir dann sehr gerne beschließen. Aber im Moment, wir können immer nur eingesetzt gleichzeitig beschließen. Deswegen geht das Moment nicht. Motoren sind es auch sehr viel teurer geworden. Wahrscheinlich, weil wir jetzt eine Eisenbahn haben. Muss sein, ne? Weil wir die Eisenbahn haben. Wo ist die Eisenbahn denn? Sie wird subventioniert mit 254 pro Woche. Also 1000 pro Monat ungefähr. Ja. Ist natürlich schon bitter. Können wir da irgendwas verändern? Dampfzüge brauchen Kohle. Ja, Kohle und Motoren brauchen die. Deswegen sind die Motoren so teuer geworden. Frachtpriorität Holzpassagierwaggons. Dann bekommen wir mehr Transport. Wir brauchen auch mehr Holz. Und hier Landesbetrieb. Im Moment ist sie in Privatbesitz. Mehr Kapitalisten. Und Landesbetrieb würde bedeuten mehr Bürokraten. Okay. Ja, diese Feinheiten. Da steige ich noch nicht so durch. Wir haben hier unseren Aufruf verloren. Das ist schön. Die Bevölkerung scheint wieder mehr beschäftigt zu sein. Ja, wir haben jetzt sogar wieder ein paar Arbeitslose. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, was das war. Vielleicht war das auch nur, weil wir gestartet sind und inzwischen gab es ein Patch. Ich weiß es nicht. Kann nicht voll besetzt werden sogar. Ja, ihr seht. Also da ist sogar Nee, obwohl. Merkwürdig. Da sterben wir auch Clipper. Baue ich das jetzt schon? Habe ich das jetzt schon in Auftrag gegeben? Eigentlich. Die Schiffswerft. Granatkanone freigeschaltet. Die Granatkanone wird dank ihrer Munition ein bemerkenswertes Stück Artillerie. Die Projektile selbst sind explosiv, sodass sie wesentlich mehr Schaden anrichten können als ein einfaches Stück Metall. Sehr schön. Mal kurz was bauen wir. Wir bauen im Moment nichts. Oh, schaut mal. Wir sind im Plus. Zwar nur 36 Gulden, aber immerhin im Plus. Ja, wir zahlen 4.000 Zins jeden Monat. Und deswegen haben wir so viel Minus. Das müssen wir jetzt erstmal zurückzahlen. Unbedingt, ja. Hydraulikbrenne breiten sich aus. Da wundert es mich nicht, dass wir so viel Minus machen, wenn wir so viel Zinsen zahlen. Ich schaue mal ganz kurz. Gibt es Handelsrouten, die ineffektiv sind? Nein. Gibt es eher nicht. Österreich hat das eigene Embargo mit Preußen beendet. Interessant. Ja, wir bleiben im Minus. Wir müssen ins Plus kommen. Hartholz aus Schweden nach Britannien. Oh ja, das könnte uns Geld bringen. Das könnte uns Geld bringen. Wir brauchen mehr Konvois. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum wir ein bisschen weniger Geld verdienen. Dann sollten wir tatsächlich in Norland, weil da der Marktzugriff schlecht ist, in Norland einen Hafen bauen. Dadurch wird doch der Marktzugang besser, oder? Ja, Infrastruktur wird besser. Russisches Interesse an der Nordsee ist entfernt worden. Interessant. Wie viel haben wir im Diplomatie? Ne, ich wollte bauen. Dann muss ich hier hin drücken, genau. Wir haben 6.000 im Investitionsfonds. Da warte ich noch ein bisschen. Und dann bauen wir den Hafen in Norland, kriegen Infrastruktur, was uns hier hilft, bei diesem Problem. und bekommen gleichzeitig auch noch mehr Konvois, was uns wiederum beim Handel hilft. Ja, so machen wir das. Brauchen wir noch weiter die Rohstoffindustrie-Förderung? Ölpumpen, Holzindustrie, Fischerei, Walfang, Minen. Ja, schadet nichts, denke ich. Hm, wir sind so bei Plus, Minus, Null mehr oder weniger. Also wir krebsen da so an der Kante der, ähm, ja, an der Kante des Erfolgs herum. Rivalität gebrochen. Neugranade und Spanien sind jetzt herzlich. Okay. Von mir aus. Getreide, Dienstleistungen, Zucker. Okay. Kohl ist teurer geworden. Ja, alles wegen der Eisenbahn. Ja, wahrscheinlich. Werkzeuge auch dissen teurer geworden. Haben wir irgendwelche Gebäude, die nicht effektiv sind? Vielleicht können wir da mal kurz gucken. Oh, ein Diplomitivspieler wurde begonnen. Und zwar, Hamburgerischer Bauernaufstand. Ja, gut, das interessiert uns nicht. In Hamburg haben wir kein Interesse. Wo ist Hamburg? Hier, ne? Da haben wir kein Interesse. So, gibt es hier irgendjemanden? Die Müllfabriken sind sogar besonders effektiv. Das freut mich. Sehr schön. Dann, oh ja, die Stahlwerke sind gar nicht effektiv. So, müssen wir nochmal kurz gucken. Die sind ja schon fertig. Stimmt, die sind schon fertig. Ich glaube, die sind deshalb nicht produktiv, weil die noch niemanden eingestellt haben. In Skornen ist der Handel nicht so effektiv. So, die Stahlwerke. Schauen wir uns die mal kurz an. Wo sind die? In Goethe-Land. Ja, die, die fehlen Beschäftigte tatsächlich. Da haben wir noch viele Leerstellen. Haben wir denn in Goethe-Land hier, ähm, haben wir denn hier noch Arbeiter? Ja, da haben wir noch Arbeiter. Das wird sich also mit der Zeit auffüllen. Und dann werden die Stahlwerke auch produktiv werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Und sobald wir jetzt Stahl produzieren, wir verbrauchen auch Kohle, ja. Wir produzieren eigentlich schon Stahl. Und Stahl ist im Moment auch sehr günstig. Also können wir eigentlich unsere Eisenminen wiederum umstellen. Wo haben wir Eisenminen? Hier. Können wir umstellen auf... Nee. War das nicht da? Verbrauchen dann Werkzeuge und Kohle. Doch, das könnte man eigentlich auch machen. Da würde nur mehr Eisen produzieren. Die Kohle würde aber sehr teuer werden. Aber das war gar nicht die Stelle, oder? Wo ich wollte... Wo wollte ich was verändern? War das hier? Wo hatten wir nochmal Stahl gebraucht? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann haben wir Stahl gebraucht. Hm. In der Müllfabrik wahrscheinlich nicht. In der Eisenminen selber dachte ich, wäre das gewesen. Vielleicht vertue ich mich da auch. Eisenbahntransport? Straßenkarren. Da bräuchten wir mehr Transport. Aber auch weniger Arbeiter. Das könnten wir tatsächlich in Gebieten machen, wo wir Arbeiter-Mangel haben. Da ist das auch nicht. Das ist das Nitro-Testerin. Da bräuchten wir zwei Sprengstoffe. Die haben wir nicht. Nee, das muss woanders gewesen sein. Die Fischerei? Nee. Nee, 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 nee. Das kommt ja nicht in die Tüte. War es die Kohle-Minen? Die Kohle-Minen könnten es gewesen sein. Ja. Die waren es auch nicht. Die Kohle-Minen waren es auch nicht. Die Viehüfe werden es auch nicht gewesen sein. Die Schiffswerften kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, nein. Da verbrauchen wir einfach nur mehr Motoren und mehr Hartholz. Und würden mehr Clipper herstellen. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Um zu mehr Clippern zu kommen. Da verbrauchen wir aber halt Motoren. Die sind jetzt schon so super teuer. Werkzeugfabrik. Das war es. Die Werkzeugfabrik. Genau. Die Werkzeugfabrik. Die stellen wir jetzt um auf ein Stahlwerkzeug. Dafür bräuchte ich nur weniger Eisen. Und gleichzeitig mehr Stahl. Ja, ist logisch. Und mehr Ingenieure, mehr Maschinisten. Dafür weniger Arbeiter. Machen wir das mal. So. Haben wir noch mehr Werkzeugfabriken? Ja, hier in Svernand. Da können wir auch auf Stahlwerkzeuge umstellen. Da bräuchten wir mehr Stahl. Da bräuchten wir insgesamt auch ein bisschen mehr... Kohle. Aber da müssen wir mal schauen. Oh, schau mal. Boah, Preußen. Was machst du? Wir sind hier schon fast an der Grenze. Die haben ja bald mit uns so eine Grenze hier. Na gut, haben sie hier unten eh schon. Also von dem her war das gerade Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Niedriger Marktzugriff. Das wissen wir. Um produktive Handelsrouten haben wir Kleidung und Getreide. Da können wir mal gucken. Da können wir noch ein bisschen Geld rausholen. Und wir haben Waren zuvor Knappheit für Stahl. Da das liegt daran, dass das Stahlwerk noch nicht so wirklich aktiv ist. Das kommt aber noch. So, unproduktive Handelsrouten für Kleidung. Was machen wir mit dem? Dann importieren wir das. Ja, das schaut so aus, ne? Machen wir weg. Bremen erklärt nur. Also das ist immer noch das Diplomatie-Spiel hier in Berlin. Äh, nee. Was red ich in Berlin? In Hamburg. So, das schaut gut aus. 48% Chance. Aufkamm der Radikalität. Nicht schon wieder. Plus 20% der Pops in Goethe-Land werden radikal. Plus 20% ins Wehr-Land werden radikal. Ja, dann lieber in Goethe-Land. Aber ich glaube, da sind weniger. Oder? Insgesamt. Wie viel Bevölkerung haben wir hier? Sie wird 80.000 und hier haben wir 1,33 Millionen. Ja, 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 ja. Migration, weil die so radikal sind. Oder wie schaut man da? 471.000 radikal ist. Das klärt man gar nicht. Munition wird teurer. Weil ein Krieg... Ist ein Krieg? Ich finde ein Krieg gerade staatlich, weiß es nicht. Eisen wird ein bisschen teurer. Werkzeuge, Kleidung wird billiger. Weil wir die in Export beendet haben. Kann das sein, dass das zusammenhängt? Ich denke schon. Investitionsfonds lehren. Investitionsfonds lehren, derzeit gewährt... Ah, schaut mal. Investitionsfonds lehren. Der Investitionsfonds ist voller Geld. Wir sollten uns überlegen, wie wir dieses Geld einsetzen können. Na ja, voller Geld mit 22.000, das ist ja wirklich übertrieben, oder? Gesundheitssystem ändern haben wir. Interessen können wir glücklich machen. Wir sollen die Intellektuellen glücklich machen. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Und dafür verstehe ich mich mit denen zu schlecht. Leider. So, auch hier kommen nochmal Neutralitätserklärungen rein. Alle sind neutral. Da hat Hamburg aber Glück gehabt. Da ist sogar der Krieg. Ich glaube, da ist der Krieg. Das ist die letzte Phase. Kriegsvorlaufsphase. Könnte gut sein, dass es Krieg gibt. Wir sind auch neutral. Das haben wir, der hamburgische Bauernaufstand. Oh, schau mal, wir sind im Minus. Das gefällt mir gar nicht. Sogar relativ viele Minus. Warum auch immer schon wieder. Starten auf. Goetheland ist jetzt dieses Mal in Aufruhr. Deshalb wahrscheinlich. Deshalb wahrscheinlich haben wir das Problem. Und Werkzeug ist unproduktiv. Und ungesunde Regierung. Die Fixkosten in Höhe von 51.000 übersteigen. Ja, ja. Das wissen wir schon. Aufkamm der Radikalität. Wie schon wieder. Was ist denn hier los? Ich meine, da werden uns ja auch Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ohne Ende. So, Wasserrohrkessel. In der Müllfabrik und so weiter. Verbesserung des ursprünglichen Boilers. Müllfabrik, Werkzeugfabrik, Papierfabrik, Stahlwerke und Motorenwerke. Wir schauen mal gleich mal. Und in den Minen auch. Die Mine können wir auch verbessern. Ah, es könnte überall passieren. Norland wird radikal oder Swerland wird radikal. Dann lieber Norland. So, die Minen werden besser. Schauen wir das Ganze mal an. Kondensationsmotorpumpe. Da bräuchte ich nur Werkzeug und Kohle. Haben wir dafür genug Kohle? Würden wir mehr Eisen herstellen. Aber wollen wir überhaupt mehr Eisen herstellen? Die sind sowieso im Moment nicht produktiv. Eher nicht. So, wie schaut es bei der Kohle-Mine aus? Da könnten wir eher Verbesserungen brauchen. Würden wir mehr Kohle herstellen, was die Kohle extrem senken würde. Und wir würden ein bisschen mehr Werkzeug verbrauchen, was die Werkzeug aber nur wenig steigern würde. Weniger Arbeiter. Das ist der Nachteil. Wir machen es trotzdem mal. Sehr schön. Ja. Wo können wir es noch angehen? Schiffswerft. Hatten wir da nicht auch die Möglichkeit? Ja, hier. Da bräuchten wir mehr Motoren. Wir brauchen nochmal ein Motorenwerk. Wie schaut es in einem Stahlwerk inzwischen aus? Das ist profitabel und hat auch Vollbeschäftigung. Das freut mich. Gut. Hier wollten wir einen Hafen bauen. Wie schaut es da mit der Investitionsfonds aus? 31. Ja, da warten wir noch, bis der voller ist. Das sehen wir auch hier, ne? Sehr gut. Es ist bald so weit, dass wir das Gesetz verabschieden können. Das freut mich sehr. Okay. Gut. Wir müssen ein bisschen die Arbeitslosen im Blick haben. Hier sind 270 arbeitslos. Hier sind sogar 1.200. Ne, 1,2000. Also 1.200. Ja, war schon richtig. Arbeitslos. Das quält hier natürlich gar nicht. Dann sollten wir hier Leute anstellen. Wie machen wir das am besten? Wer ist denn arbeitslos? Können wir das irgendwie aufschlüsseln? Vielleicht mit der Bevölkerung? Ne, da steht nur arbeitslos. Ich schätze mal, die würden alles machen. Also auch Arbeiter oder sowas. Wir brauchen zum Beispiel, was können wir denn hier bauen? In Nordland gibt es noch gar nichts, sehe ich gerade. Wir bräuchten zum Beispiel einen Hafen, oder? Dann bauen wir den jetzt mal. Der hat ja auch mal Bürokraten, Arbeiter, 3.000 Arbeiter braucht er. Super. Ja, machen wir das. Wir brauchen jetzt hier den Hafen. Das wollte ein paar unsere Probleme lösen. Teure Regierungswahlen. Welche denn? Ach, ist schon wieder verschwunden. Starten in Aufruf, gleich zwei Stück. Eieieiei. Ich hoffe, das verbessert sich bald wieder. Und ich hoffe, wir können unser Gesetz bald mal beschließen. Das wäre doch mal eine Feier wert. Gut, wir entwickeln sich unsere Preise. Papier ist das, oder? Nee, Transport ist ja teuer. Obwohl wir eine Eisenbahn haben. Investitionsverlernen wurde erfolgreich abgeschlossen. Dankeschön. Stahl ist tatsächlich teuer. Stahlwerk bräuchten wir vielleicht auch noch. Und Motoren. Motoren sind aber ganz okay. Vom Preis her. Vielleicht können wir den Stahl nach oben treiben. Da haben wir den Stahlwerk gebaut, ne? Wasserrohrkessel. Braucht Werkzeug und Kohle. Braucht weniger Arbeiter. Aber das bringt uns einfach nur für die Automatisierung. Das bringt uns nicht viel. Weil ich glaube, wir haben genug Arbeiter in Goethe-Land. Das Oberhaupt der Kleinbürger ist tatsächlich nicht mehr da. Was haben die Kleinbürger jetzt für ein Oberhaupt? Tauen wir uns mal an. Gustav Nordström. Ein radikaler. Eieiei. Aber das ist okay, weil der unterstützt ja unsere, das was wir wollen, oder? In der Regel. Innovativ. Politprofi. Bloß 5% Autorität. Er möchte kein Zensuswahlrecht, allgemeines Wahlrecht, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Ist gegen die Zensur. Interessant. Die wollte ich eigentlich einführen. Kein Amt für Inneres und garantiert die Freiheitsrechte. Ah, das ist ein radikaler. Na gut. So, was haben wir denn hier schon wieder auf keine Radikalität? In Goethe-Land. Ja, da wohnen wenige. Goethe-Land sollen sie ruhig radikal werden. Importroute für Kohle von Norwegen. Importroute für Stall abgebrochen. Grundbesitzer, Familie und Bande. 10% Einfluss wurde deaktiviert. Das ist ein bisschen blöd. Preußen hat Russland zum Rivalen erklärt. Ah, der Krieg ist vorbei. Preußen hat überhaupt nichts, überhaupt kein Land gewonnen, so wie es ausschaut. Aber hier, diese Gebiete sind verheert. Schaut euch das mal an. Die schönen, blühenden Gebiete Russlands sind alle verheert, verwüstet. Das wird Russland schwächen. Das wird Russland schwächen. Krakau ist auch verwüstet. Ne, Krakau hat einfach nur ein Aufruhr. Hier ist die Verwüstung. Ach, wie fies. Wie fies. Okay, was haben wir hier noch? Radikale an den Toren. Die radikale Bewegung wird immer beliebter, unbeherrschbarer und gewalttätiger. Der Ruf nach Revolution heilt in den Straßen wieder. Extreme Maßnahmen könnten nötig werden. Blinde, ignorante Narren. Sie wollen wie Gleiche behandelt werden, doch das sind sie gewiss nicht. Es wäre so viel leichter, wenn sie sich einfach nur an ihren Platz einfügen würden. Doch stattdessen klammern sie sich an ihren nutzlosen Stolz und gehen auf die Straße, um für ihre heilstarrigen Ziele zu protestieren. Wenn sie auf den Einsatz von Gewalt bestehen, haben wir keine andere Wahl, als Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die Geheimpolizei wird für diskrete Lösungen sorgen. Fügt zum Journal Schweden Ordnung Wiederherstellen hinzu. Wir brauchen die Nationalgarde. Fügt dem Journal Ordnung Wiederherstellen hinzu. Oder Tyrannei ist nicht die Antwort. 5% in Sphärenland werden radikal. Wir brauchen die Nationalgarde. So, Ordnung Wiederherstellen. Wir werden uns gleich mal anschauen. Und was haben wir noch? König greift den politischen Vorgang ein. Der König hat ein persönliches Interesse an der laufenden Gesetzesdabat der Wohlfahrtskrankenhäuser und beschloss, sein königliches Vorrecht zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass das Gesetz verabschiedet wird. Karl Johann Bernadotte greift selten direkt den Gesetzesangelegenheiten ein und verlässt sich stattdessen auf ein System des Delegierens und seines persönlichen Einflusses, um sein Reich effizient zu lenken. Rein rechtlich betrachtet kann der König seine königlichen Befugnisse ganz nach Belieben frei zum Tragen bringen. Doch wenn er dies täte, würde dies sowohl die Republikaner als auch die Widersacher des fraglichen Gesetzes in Aufruf versetzen. Was der König will, soll geschehen. 20% Erlassungschance, aber minus 3 für die Intellektuellen. Oder ratet der König davon ab, es würde mehr Schaden als Nutzen. Minus 10% Erlassungschance. Wir wollen das jetzt endlich mal durchsetzen. Jetzt sind wir bei 67. Ich hoffe, dass das jetzt hilft. Dass wir das endlich mal durchsetzen können. Hier ist der Aufruhr. In Goteland ist Aufruhr. Das sehen wir nur, wenn man relativ nahe rangeht, ehrlicherweise. Okay. Drei Wochen noch für diesen Bau. Wir müssen von unserem Minus runter. Wir müssen eigentlich von unserem Minus runter. Die Grundbesitzer sind wieder zufrieden. Sehr schön. Ah ja, genau. Wir wollten uns angucken. Ordnung wieder herstellen. In verzweifelten Zeiten braucht es verzweifelte Maßnahmen. Mit den Radikalen an den Toren, die drohen, traditionelle Hierarchien zu zerschlagen, müssen wir auf Zwang zurückgreifen, um die Ordnung wieder herzustellen. Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt. Schweden hat Nationalgarde beschlossen oder Geheimpolizei beschlossen. Schwedens Investitionsstufe für Amt für Inneres ist größer gleich 3. Okay. Wir müssen mal gucken, ob wir das hinkriegen. Nationalgarde, wo wären wir denn da? Hier, oder? Ja, nee, das sind nationalen Milizen, das ist was anderes. Ist es hier? Nee, da geht es um die Kulturen. Nationalgarde. Plus 0% Einberufungsrate, minus 10% Fortschrittstempo für Revolutionen, minus 5% Protestbewegung kann 18 Bataillone mobilisieren. Und hier hätten wir keinen Effekt. Okay. Das Gesetz ist aber nicht besonders beliebt, wie ihr seht. Die beiden Radikale sind dagegen. Gustav Nordström und Werner Mörner. Sie sind beide dagegen. Dafür sind nur die Streitkräfte. Ja, schlecht. Wir würden minus 20 bekommen. Das heißt, die eine würde auf minus 29 gehen. Das ist mir eigentlich zu heiß. Geheimpolizei haben wir dasselbe Problem. Ja, ganz genau exakt dasselbe Problem. Das hilft nichts. Das schaffen wir auf diese Art und Weise nicht. Da muss Schweden wohl untergehen. Was sollen wir machen? Kleidung ist tatsächlich unproduktiv. Was ist hier los? Jetzt ist es aber verschwunden auf einmal. Merkwürdig. Steuerhinterziehung bei den Industriellen ist wieder in Kraft. Deswegen sind wir aber wieder bei minus 4000. Das ist genau dieser Zins, der uns hier nach unten zieht. Das ist eine Abwärtsspirale jetzt. Das ist eine Abwärtsspirale. Weil die Industriellen uns nicht mögen. Haben wir weniger Einkommen. Können wir die Industriellen irgendwie auf unsere Seite ziehen? Ich werde gleich mal gucken. Die Werkzeuge. Ja, wir importieren Werkzeuge tatsächlich. Das brauchen wir nicht mehr. So, können wir die auf unsere Seite ziehen? Ich gucke mal kurz. Industriellen sind bei minus eins. Es ist nicht viel, was wir brauchen. Sie sind für Klassenwahl. Sie sind für Kopfsteuer und koloniale Ausbeutung. Sie sind für Interventionismus. Ich glaube, das sind wir auch. Oder? Das haben wir aber, glaube ich, schon. Sie sind für Kinderarbeit. Eingeschränkte Kinderarbeit finden Sie ja blöd. Sie möchten kein Gesundheitssystem. Sie möchten kein Gesundheitssystem oder das AMEN-Gesetz. Migrationskontrolle. Keine Migrationskontrolle möchten Sie gerne. Das können wir eventuell einrichten. Was haben wir denn da gerade? Migrationskontrollen haben wir. Die ja diskriminierte Pops dürfen nicht emigrieren. Keine Migrationskontrolle. Da würde es einfach so passieren. Aber da sind auch wieder viele dagegen. Die Kleinbürger sind dagegen. Die Landbewohner und die Gewerkschafter sind dagegen. Und hier sind auch viele dagegen. Kleinbürger, Industrielle und Gewerkschafter. Ah ja, dafür sind nur die Landbewohner. Hier haben wir einfach eine Mehrheit, die dafür ist. Und ja, nee, das können wir dann leider nicht einführen. Embargo. Von Österreich nach Preußen. Und ein Diplomatie spielt schon wieder. Frankreich von Mossy. Aber da sind wir glaube ich nicht involviert. Deswegen kommt hier auch kein Zeichen. Schwefel ist teurer geworden. Eisen wieder billiger. Oh, wir verlieren Geld. Das ist echt schlecht. Was können wir machen? Ich glaube, wir könnten eine neue Steuer einführen. Aber es ist gerade natürlich schlecht, wenn wir... Die Steuern erhöhen möchte ich nicht. Aber eine neue Verbrauchsteuer könnten wir vielleicht einführen. Aber da haben wir nicht genug... Da haben wir nicht genug Power. Und würde das uns irgendwas bringen überhaupt? Ja, für Möbel zum Beispiel. Eine Verbrauchsteuer für Möbel. Für Luxusmöbel. Das würde aber genau nur die Kosten decken. Für Dienstleistungen. Für Kleidung. Kleidung ist eh schon so teuer. Für Getreide könnten wir machen, ja. Könnten wir machen. Regierungsgehälter könnten wir senken. Da hätten wir aber noch weniger Zustimmung von Intellektuellen. Und Prestige würde sinken. Aber da würden wir eine Menge sparen, ja. Mach ich mal. Kurzfristig. Nur kurzfristig. Wir können das dann wieder steigern. Wenn wir wieder ein Plus sind. Und dann... Ja, jetzt haben wir zum Beispiel ein Plus. Genau. Das ist gut. Wir müssen die Zinsen zurückzahlen. Wenn wir die Zinsen zurückgezahlt haben, können wir das wieder zurücknehmen. Das Problem sind die Zinsen. Die frohe Botschaft der Revolution. Was wir sind, werden sie auch sein. Norwegen erhält das Ereignis die Stunde der Revolution. Kleinbürger bekommen Plus 2 und die Intellektuelle auch. Wo sind die gerade? Sie sind bei Plus 2e und die sind bei Minus 9. Die Seuche muss eingedämmt werden. Sie bekommen beide Minus 2. Naja. Hm. Eigentlich möchten wir nicht, dass Norwegen irgendwie revoltiert, ne? Ich glaube, ich muss tatsächlich die Seuche eingedämmt werden nehmen. Auch wenn das schlecht für uns ist. Aber sonst wird Norwegen irgendwann revoltieren. Jetzt sind jetzt wieder besser. Ich glaube, die revoltieren nicht mehr, oder? Hier oben haben wir noch, aber hier nicht mehr. Denen geht es wieder besser. Den hier noch nicht wirklich. Wir haben immer noch Aufruhr. Steuerverschwendung. Aber wir sind immerhin ein Plus. Wie schaut es denn eigentlich in Gotland aus? In Gotland. Entschuldigung. Organisierter Sport ist freigeschaltet. Sport ist nicht nur zu spielen, daher ist auch eine unterhaltsame Schauer. Ein Ausdruck der Gemeinschaft und etwas, bei dem sich die Masse heimisch fühlen kann. Das reine Spektakel des Sports ist ebenso wichtig wie die Leistungen, die in dem Stadion erbracht werden. Prestige Plus 10. Sehr schön. Aber das bringt uns leider nicht viel, weil wir jetzt auf Rang 15 abgeklitten sind. Wir waren schon mal auf Rang 14. Brasilien hat uns überflügelt. Sie haben ein größeres Bruttoinlandsprodukt und eine höhere Bevölkerung, muss man sagen. Familienbande wurde aktiviert. Plus 10% Einfluss. Chenin breitet sich aus. Familienbande wieder deaktiviert. So schnell geht es. Eisen ist billiger geworden und Möbel und Luxuskleidung dafür noch teurer. Ja, in Richtung Kleidung müssen wir jetzt noch mal was machen. So, jetzt sind wir bei Plus 2000. Das ist schon mal sehr schön. Gotland. Ja, da wollte ich gucken. Die Gebäude. Sind die inzwischen besetzt? Die sind nicht ganz besetzt. Die Roggenfelder sind inzwischen besetzt. Das ist gut. Auch nicht hundertprozentig, aber zumindest fast. Und die, oh ja, schaut mal. Die Viehhöfe, die brauchen unbedingt noch ein bisschen Arbeiter. Hafen haben wir ja auch. Da werden auch Konvois hergestellt. Wie schaut es denn mit unseren Konvois inzwischen aus? Wir haben 1900 und brauchen 1700. Das heißt, da sind wir auch gut aufgestellt. Sehr schön. Können wir vielleicht noch irgendwas handeln, was uns Geld bringt? Können wir ja auch mal kurz gucken. Import. Aus Russland Artillerie zu importieren ist eigentlich gar nicht so blöd. Die Artillerie ist bei uns eh zu teuer. Dünger aus Großbritannien. Warum nicht? Da bräuchten wir zwar wieder Konvois, aber nicht so viele. Das geht. Was haben wir noch? Aus Spanien Fisch. Das bringt uns Geld. Immerhin. Nee. Glas brauchen wir nicht. Im Moment. Holz. Kleidung. Hier, Bremer Kleidung. Aber das kostet uns dann wiederum Bürokratiekosten. Und Bürokratiekosten haben wir eigentlich genug. Fangen wir die Bremer Kleidung hier an. Klipper aus Russland. Ja, ja. Das bringt nur ein bisschen Verbesserung. Aber kann man trotzdem mal mitnehmen. Englische Kohle. Luxusmöbel exportieren wir schon. Aus Preußen haben wir mit Preußen Handels. Da haben wir ein Handelsding. Genau. Motoren aus Preußen. Okay. Von mir aus gerne. Preußische Möbel. Das würde auch unseren Möbelmarkt ein bisschen verbessern. Okay. Machen wir. Porzellan könnten wir auch in Breten. Da würden wir nur einen Haufen Geld verdienen. Österreich. Seide. Spirituosen. Import der Spirituosen aus. Preußen würde gehen. Aber das lohnt sich nicht ganz. Aus England würde sich lohnen. Aha. Ja. Können wir auch machen. Sprengstoffe. Stahl. Nehme ich noch kurz Pause. Damit ich da rechts gleich mal lesen kann. Was da alles so ist. Wein. Könnten wir auch importieren aus England. Englischen Wein? Ich weiß ja nicht. Wir machen jetzt auf jeden Fall gut Gewinn. Das ist auch wichtig und gut so. So. Mir schaut es mit dem Export aus. Wir könnten. Artillerie nach England exportieren. Das ist aber ein bisschen bescheuert. Wenn wir es vorher extra importiert haben. Dünger könnten wir exportieren. Oh ja. Schaut mal hier. Russisch. Eisenexport. Das würde unser Eisen tatsächlich stark erhöhen. Unseren Eisenpreis. Wir würden aber unsere Eisenminen besser verdienen. Dafür aber die Eisenverbrauchenden schlechter. Ja schwierig. 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 Wir könnten nach Preußen gehen. Das würde nicht so eine große Veränderung machen. Machen wir das mal. Fleisch und Getreide. Feuerwaffen. Hartholz. Nach Frankreich kann man gut Hartholz verkaufen. Haben wir genug Hartholz? Ich schau mal gerade. Die 15 Bürokratiekosten könnten wir uns leisten. Ja. Hartholz würde bei uns nur leicht steigen. Das können wir machen. Das können wir machen. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen übersichtlicher ist hier alles. Das wäre nicht schlecht, aber gut. So ist das halt. Kohle exportieren. Eher ungern. Eher ungern. Kriegsschiffe. Luxuskleidung haben wir selber nicht genug. Möbel exportieren wir schon. Wie die Weltmeister. Luxusmöbel meinte ich. Normale Möbel exportieren nach Russland. Würde unseren Möbelmarkt aber explodieren lassen. Das können wir nicht machen. Papier importieren wir glaube ich sogar. Stahl nach Russland. Ja. Stahl nach Russland. Okay. Werkzeuge sollten wir lieber sein lassen. Okay. Gut. Da haben wir ein bisschen was hinbekommen. Importroute für Möbel, Grundbesitz, Landbewohner aktiviert. Alte Wege. Oh, weil sie unzufrieden sind. Minusprozent Technikverbreitung. Die sind dafür deaktiviert. Exportroute für Eisen. Exportroute für Fahrtürz. Das wissen wir schon. Dienst nach Vorschrift aktiviert. Minus 15% staatliche Baueffizienz. Bauen tun wir momentan eh nicht. Und okay. Gut. Wir schauen mal ganz kurz den Baufonds. Wenn wir was bauen würden, was würden wir denn bauen? Ach, nicht schon wieder die Revolutionäre. Was ist denn hier los? Eine Stimme, die sich für den derzeit aufgehörigen Liberalismus ausspricht, hat Anklage bei einer Interessengruppe Landbewohner gefunden. Die Sache muss aufhören, der Charakter erscheint in Schweden. Das ist viel zu extrem für schwedische Politik. Landbewohner bekommen minus 4. Wie viel haben die jetzt? Minus 5. Ja, das ist zu extrem für Schweden. So. Ich hoffe, dass wir das jetzt durchbringen. Das wäre mir schon sehr viel wert. Und wo wollte ich hin? Ich wollte hier hin. Da sind wir immer noch unzufrieden. Fischerei ist unproduktiv. Warum eigentlich? Klipper sind doch jetzt günstiger und Fische sind dafür teurer geworden, glaube ich, zu unseren Handel. Oder sind Fische billiger geworden? Wir importieren Fische, dann sind sie billiger geworden. Ja, stimmt. Dann sind die weniger effektiv. Sie sind der dritte Fischereianleger in der Welt. Nicht schlecht. Da sind sie ja immer noch gut dabei dann. Auch wenn sie Geld verlieren. Ja, das wird sich hoffentlich wieder klären. Hier können wir nichts einstellen. Was können wir denn hier noch bauen? Eisenminen könnten wir noch bauen. Holzfällerlage könnten wir bauen. Einen Hafen könnten wir noch zusätzlich einbauen. Ich glaube, wir sind jetzt ganz gut, was das angeht. Können wir dann irgendwas bauen, was sie zufriedener macht? Wie schaut es mit der Kunsthochschule aus? Macht das sie irgendwie zufrieden? Bringt Infrastruktur? 100% Marktzugriff. Aber ich glaube, das ist auch nicht so das Richtige. Sport wäre natürlich schön, ne? So ein Sport-Arena oder sowas. Eine Papierfabrik wäre nicht schlecht. Man will ja auch viel Möbel. Äh, viel Möbel. Viel Holz haben hier, oder? Wir bräuchten 30 Holz und 10 Schwefel. Oder doch nochmal eine Möbelfabrik. Da hätten wir Möbel. Würden Werkzeuge, Tuch und Holz verbrauchen. Ich glaube, Tuch produzieren wir selbst im Viehhof. Genau. Eine Möbelfabrik könnten wir hier bauen. Wie schaut es denn mit der Investitionsfonds aus? Der ist bei 77.000. Ja, das können wir uns dann vielleicht sogar leisten. Ich möchte erst ein bisschen runter. Ja, ich möchte erst ein bisschen von Kredit runter. Und dann können wir uns das mal angehen. So, wie schaut es denn hier aus? Wir unterstützen, ja, wir senken die Intellektuelle. Die sind sowieso wütend. Die sind bei 10,3. Der Thronfolger ist, glaube ich, Intellektueller. Ja, ist er. Ach, der ist Kriegstreiber. Interessant. Das ist auch ein Radikaler. Und bei den Kleinbürgern ist auch ein Radikaler. Und der hier ist ein Nihilist. Naja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir die Wohlfahrtskrankenhäuser beschließen können. Oder ob uns das nicht gelingt. Ich bin gespannt. Wir haben 518.000 Unfe von 19.000 Radikale. Okay, die Familiebande ist wieder deaktiviert. Ein Hin und Her. Gut, vielleicht hat es dann noch ein Bargo wieder beendet. Wir wissen auch nicht, was sie tun wollen. Hier sieht man die Investitionsfonds auch, merke ich gerade. 80.000, da muss man nicht immer so umständlich. Familiebande ist wieder aktiviert. Das liegt an den Radikalen, die kommen und gehen. Russland hat seine Importroute für Werkzeuge abgebrochen. Dadurch werden unsere Werkzeuge wahrscheinlich teurer werden, oder? Wenn ich das... Oder billiger. Ganz gleich sehen. Nehmen, nur Stahl ist billiger geworden. Und Möbel teurer. Technik haben wir auch bald erforscht. Zellerie ist ganz okay. Also ein bisschen teuer, aber ganz okay. Die Industriellen haben ein... Okay, da bin ich gespannt. Was haben die Industriellen jetzt für einen Politiker? Einen Marktliberalen. Der möchte gerne laissez-faire. Kinderarbeit, angeschränkte Kinderarbeit, finde ich das blöd. Und er möchte gerne einen Freihandel. Okay. Die möchten auch laissez-faire oder Interventionismus. Interventionismus haben wir jetzt. Ja. Eingeschränkte Kinderarbeit sitzt ja eigentlich neutral, aber er wird dann dagegen sein. Und Wohlfahrtskrankenhäuser finden sie so lala. Öffentliche Schulen oder Privatschulen möchten sie gerne haben. Die sind alle so unzufrieden wegen diesen blöden Events die ganze Zeit. Da kommt schon wieder bei eins. Unfall im Fernewerk. Haben wir überhaupt ein Fernewerk? Mehr Arbeiter sind heute im Fernewerk von Swerland gestorben. Als in der Fabrik hatte versehentlich eine Industriewanne mit heißer Farbe über die eignungslosen Arbeiter ausgeschüttet wurde. Das ist nicht schön. Die Einheimischen sind aufgebracht über den Zwischenfall und behaupten schlechte Sicherheitsvorkehrungen an diesen heißen und gefährlichen Arbeitsplatz seien der Auslöser des Unfalls gewesen. Daher drängen sie die Regierung zum Handeln. Als die Rettungshelfer den Schauplatz verließen, wurden mehrere Angestellte des Werks sterbend zurückgelassen. Wir sterben alle früher oder später. Swerland bekommt plus 4% Sterblichkeit in der Fertigung der geschäftigten Arbeiter und 5% der Arbeiter werden radikal. Es werden nicht umsonst gestorben sein. Die Gewerkschafter erhält Gewinnunterstützung, 15% politische Stärke und plus 1 Interessengruppenzustimmung. Wo sind denn die Gewerkschafter gerade? Die sind gerade bei minus 6% und bei 10,4% politischem Druck. Die sterben alle früher oder später. Noch ein paar mehr Radikale. Hauts uns rein! Hauts uns rein! Also diese ganzen Events und diese ganzen Ketten, die hier sind, die sind tatsächlich eher für den Umsturz. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man Probleme hat, wenn man konservativ spielen möchte. Also wenn man sagen möchte, nee, man möchte gerne das Königstum zum Beispiel behalten. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr schwierig wird hier in dem Spiel. So konservativ. Dänemark hat Spanien zum Rivalen erklärt. Okay, ich glaube wir könnten Dänemark jetzt angreifen, aber in der jetzigen Situation bin ich mir unsicher, ob das so sinnvoll ist. Wir könnten ja mal gucken, wie das ausschauen würde. Hier müssen wir hin. Diplomatie öffnen, genau. Interaktionen. Nee, da sind wir falsch. Wir müssen hier hin. In die Militärlinse? Nein. In die Politiklinse, glaube ich. Genau. Nee, da sind wir auch falsch. Da müssen wir richtig sein. Wir wollen einen Staat annektieren. Wo sind wir denn da? Beziehungen beschädigen, Beziehungen verbessern, bitten ein Beraterat zu werden. Wir würden das DnT-Land werden. Nein, das nicht. Bündnis, wir könnten tatsächlich sogar ein Bündnis machen mit Großbritannien zum Beispiel. Sie würden aber nicht annehmen. Die würden alle nicht annehmen, ne? Die würden alle nicht annehmen, ja. Finanzieren. Handelsvertrag. Ich glaube, da ist da irgendjemanden, der tatsächlich annehmen würde. Nein. Das ist ein bisschen unübersichtlich auch, ne? Könnte man auch besser machen. Ein Diplomatie-Pack, der ein Klintel-Land-Beziehung vom Typ Protektorat zwischen zwei der Land schafft. Das möchten die alle nicht, bin ich mir sicher. Nein, wollen sie alle nicht. Revalidität haben wir schon, Schuldenübernahme. Wo ist denn das mit dem? Hier müssen wir schauen, Leute. Diplomatie-Spiele, ne? Staat erobern, da haben wir es ja. Wir möchten gern Seeland erobern. Diplomatie-Spiel mit dem Kriegstil Seeland erobern. Schweden erobert den Staat Seeland von Dänemark. Dies zu verlangen wird zu einem Diplomaten-Zusstandort in der Region Balten führen. Wir bekommen 18,2 Verrufenheit. Zu Beginn des Diplomatie-Spiels stehen wir diesen Feinden gegenüber. Dänemark, Holstein, Schleswig und Ojo. Die alle zusammen, okay. Und Norwegen ist auf unserer Seite. Wir glauben, dass sich die Länder ein oder beiden Seiten anschließend neutral bleiben. Großbritannien, Russland, Frankreich, Preußen, Österreich, Niederlande, Spanien und Ostindien-Kompanie. Okay. Das werden wir jetzt erstmal nicht machen, aber wir überlegen mal, ob wir das nicht in Zukunft vielleicht mal machen. Wir haben inzwischen auch im Moment kein General, ist also nicht so gut. Und wir sind auch stark im Minus. Wir sollten da endlich mal diesen Kredit zurückzahlen. Was ist denn da los? Warum bezahlen wir den denn da nicht zurück? Wir sind immer noch bei 1,53 Millionen Minus. Jetzt geht es ein bisschen runter, okay. Wir haben 100.000 Investitionsfonds. Da können wir bald mal was machen. Artillerie ist ja teuer, ne? Und wir brauchen wieder mal Convoys. Okay, wir brauchen mal wieder Convoys. Da werde ich das jetzt mal umsetzen. War das hier? Den Hafen zu erweitern? Oder war das hier sinnvoll, oder? Weil wir hier auch ein bisschen mehr Infrastruktur brauchen. Oder hier. Eigentlich brauchen wir nirgendwo wirklich viel Infrastruktur. Aber dann am ehesten eigentlich noch in Gotaland. Da haben wir nämlich auch keine Eisenbahn. Und wo wir hier den natürlichen Hafen haben. Schiffswerftendurchsatz erhöht sich hier. Und die Hafenmaximalstufe erhöht sich auch. Kristallklaß haben wir freigeschaltet. Sehr schön, werde ich mir gleich anschauen. Vielleicht bauen wir es doch in Skorne. Da sind wir nämlich auch schon nah an einer Grenze hier gelandet. Schiffswerften ist das, ne? Ist das richtig? Nein, die produzieren die Klipper. Hafen. Hafen. Die machen Konvois. Genau, dann machen wir hier einmal den Hafen. Bauwagen können durch den Investitionsverfinanziert werden. Dieser liegt bei 104. Gut, machen wir. Machen wir. So, was hatten wir jetzt noch? Eine Revolutionär und unserer Zeit. Eine Stimme, die sich für den derzeit aufkommenden Liberalismus ausspricht, hat Anklang bei einer Interessengruppe in Industriellen gefunden. Diese Sache muss Gehör finden, oder? Das ist viel zu extrem. Das ist viel zu extrem. Lass uns doch jetzt mal in Ruhe mitgeschmarrn. Gibt es denn hier vielleicht endlich mal die Möglichkeit, diese Revolution einzudämmen? Da muss es auch mal eine Möglichkeit geben. Sozialismus, ja ganz bestimmt. Kameras. Plus 5% Prestige. Ist auch nicht schlecht, ne? Mehr Prestige. Philosophischer Pragmatismus. Minus 5% Bürokratiekosten und 10% Einfluss. Menschenrechte. Anarchismus. Schaltet Anarchie in Machtverteilung frei. Pannationalismus. Ausweisdokumente. Plus 25 Besteuerungskapazität und plus 1 Maximale Investition der Institution Amt für Inneres. Investmentfonds. 10% mehr Gelddruck. Das wäre natürlich was, ne? Das wäre was. Das nehmen wir. Investmentfonds. Mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Plus. Gut. Okay, sie sind unzufrieden. Minus 10% Fertigungssteuerankommen, das kennen wir schon. Da wird unser Einkommen hier wieder in den Keller sausen. Na gut. Schwefel ein bisschen billiger. Schwefel wäre angeblich unproduktiv, hieß es. Ja, das ist ein Import von Schwefel. Den brauchen wir aber. Sonst wird Schwefel zu teuer. Das können wir uns da nicht leisten. Nicht schon wieder. Was ist denn hier los? Die Gewerkschafter. Allein schon wieder uns immer anbrüllt, dieser Typ, ne? Aaaaaaah. Ist ja schrecklich. Schrecklich. So, ich werde jetzt noch kurz spielen und dann war es das für heute. Mit unserem Victoria 3 Stream. Vielleicht warten wir noch, bis wir die Wohlfahrtskrankenhäuser einmal durchlaufen haben. Das ist dann vielleicht ein ganz gutes Ziel. Und dann schauen wir weiter. Dauert ja nicht mehr so lange. Können wir uns hier genau anschauen, wie lang? Ja, 23. April. Das ist nicht mehr lang. Das ist noch nicht mal mehr ein Monat. Wir haben entweder Erfolg, wir können debattieren oder wir haben eine Blockade. Und Erfolg hat die größten Chancen in 19 Tagen. Eisen wird günstiger, Kohle wird ein bisschen teurer und Holz wird ein bisschen teurer. Wie schaut's hier mit dem Bau aus? Der Investmentfonds schrumpft. Wir haben noch 20.000. Okay. Minus 13.000 pro Woche wahrscheinlich, oder? Pro Monat? Nicht als pro Woche. Pro Woche, ja. Jetzt sind wir wieder im Minus, weil wir jetzt den Investmentfonds zu stark aufgebraucht haben. Ich verstehe. Aber wir haben es ja auch schon fast gebaut, oder? Wie lange dauert denn das noch? Noch 8 Wochen? Oh, doch so lang. Na ja, dann gehen wir wieder stark, oh, schaut mal, da gehen wir jetzt stark wieder ins Minus. Das passt mir eigentlich gar nicht. So, was passiert denn jetzt hier? Zwei Tage noch. Beziehungsverbesserung abgebrochen Schleswig. Und was passiert jetzt hier mit den Wohlfahrtskrankenhäusern? Ja, sehr gut. Wir haben jetzt das Gesetz Wohlfahrtskrankenhäusern. Durch den Wechsel aktivieren wir das Institut Gesundheitssystem. Das Gesetz Wohlfahrtskrankenhäuser gibt der Institution Gesundheitssystem folgendes. Plus 10% politische Stärke für die Kirche, minus 5% Sterblichkeit. Die Interessengruppenzustimmung ändert sich durch das Beschließen des Gesetzes Wohlfahrtskrankenhäuser. Kirche billigt den kürzlichen Wechsel, plus 10%. Gewerkschafter billigen ihn, plus 5%. Und die Industriellen werden radikalisieren, minus 5%. Okay, schauen wir uns das doch mal an. Oh, oh, das hört sich jetzt nicht gut an. Hier sind wir immer noch aufruhrtechnisch unterwegs, 37%. Okay, da sonst nirgendwo. Das ist doch schon mal gut. In Norwegen auch nicht. Das ist gut. So, wie schaut es denn jetzt hier aus mit der Verteilung? Also, sie sind bei minus 1. Sie mögen uns nicht mehr so gerne, obwohl wir da schon mal sehr gut dabei waren. Die Industriellen sind unzufrieden. Sie machen minus 10% Steuereinkommen. Die Landbewohner machen minus 10% Technikverbreitung. Und die Intellektuellen machen minus 10% Prestige. Ja, jetzt sollten wir die Industriellen mal kleiner machen. Unterdrücken. Nicht zu sehr die Intellektuellen. Die Intellektuellen sind gesunken. Die sind auch gesunken. Die Kirre ist ja gestiegen. Die wird auch weiterhin noch gestärkt. Und sie ist auch gestiegen. Aber sie ist insgesamt gesunken. Die war mal bei 10% oder bei 8%. Jetzt ist sie nur noch bei 56%. Das gefällt mir nicht. Schaut mal, die sinkt. Die sinkt. Die sinkt auch. Und die, die uns nicht unterstützen, die steigen. Was ist denn da los? Warum steigen die dann? Die Industriellen steigen zum Beispiel ein bisschen. Das liegt auch daran, was wir bauen. Wir bauen halt sehr viel Industrie im Moment. Stahlfabriken. Diese Sachen. Und da sind halt mehr die Industriellen mit beteiligt. Und die Intellektuellen nicht so sehr. Aber die Industriellen. Und nicht so sehr die Kirche. Das ist das Problem. Na gut. Aber vielleicht hat sich das auch noch nicht so richtig mit reingerechnet. Dass wir jetzt hier. Doch. Da steht schon. Plus 10% durch Wohlfahrtskrankenhäuser. Die haben wohl schon 374.000. Die haben 309.000. Die haben 2 Millionen. 1,4 Millionen. 1 Million. 1 Million. Und 700.000. Aber dafür halt sehr intelligent. Und deswegen. Sehr hohe. Sehr hohe Beteiligung. Die Kleinbürger sind es schon. Wichtig. Könnten wir vielleicht die Kleinbürger noch mit in die Regierung holen. Ich probiere es mal. Ne. Das würde unsere Legitimität tatsächlich senken. Weil wir noch eine dritte Partei drin haben. Wenn wir die Grundbesitzer rausnehmen. Oh ja. Dann hätten wir noch weniger. Wo sind die Grundbesitzer jetzt hin? Dann lassen wir es lieber. Dies sind ja auch die, die uns am meisten unterstützen. Dann macht es schon Sinn, dass die auch bei uns in der Regierung sind. Die Wirtschaftschafter sind sogar wütend. Die hat die noch gar nicht auf dem Schirm. Die werden auch sehr stark. Ne. Die werden auch sehr stark. Können wir uns das irgendwo anzeigen lassen? Wie die ihre Zusammensetzung haben? Wo die herkommen, die Leute? Ich glaube, das können wir uns nicht anzeigen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder hier. Doch, hier vielleicht. Büroangestellte, Arbeiter und Bürokraten. Hauptsächlich die Büroangestellten. Ah ja. Und die Industriellen, wer sind das? Das sind die Verkäufer und die Kapitalisten. Verkäufer 82%. Okay. Also immer wo wir Verkäufer erzeugen, stärken wir uns die Industriellen. Muss man im Hinterkopf haben. Und die kleinen Bürger wären auch Verkäufer, Arbeiter und Büroangestellte. Also man kann es nicht genau vorhersagen, ob die Büroangestellten jetzt die Arbeiter unterstützen oder die kleinen Bürger. Na gut. Also zumindest ein Gesetz haben wir schon mal durch. Kein Gesundheitssystem wiederherstellen soll hier irgendeiner Form durchgesetzt werden. Das können wir gleich mal sagen. Das machen wir nicht. Institutionsgesetzbeschließt Gesundheitssystem. Ja. Interessengruppe Glück nicht machen. Regierung reformieren. Unsere Legitimität wird ziemlich niedrig. Wenn sie weiterfällt, wird es uns schwer, ein neues Gesetz zu beschließen. Wir können diese Probleme mit einer Umbildung der Regierung beheben. Legitimität Schwierens ist größer oder gleich 60. Sagt mir wie. Das wissen wir eigentlich schon. Die aktuelle Zusammensetzung unserer Regierung sieht man im Regierungsumbildungsreiter. Jawohl. Hier unten. Jetzt können sie nach Belieben verschiedene Konfigurationen ausprobieren. Es findet keine Änderung statt, bis sie die neuen Regierungen bestätigen. Sie können die Änderungen auch zurücksetzen, um zur Anfangskonfiguration zurückzukehren. Hier sehen wir die Faktoren, die unsere Legitimität auf Grundlage der aktuellen Gesetze bestimmen. Und wie die angehende Regierungskonfiguration sich auf diese auswirken würde. Interessengruppen auszuschließen, die an der Macht waren, sorgt für Radikalität in ihren Reihen. Zu häufiger Umbildungen können zu großer politischer Instabilität führen. Die erste Reform direkt nach demokratischen Wahlen sorgt nicht für Radikalität. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um eine effiziente Regierung für den Rest der Mandatzeit aufzubauen. Legitimität bildet sich darauf hin aus, wie effizient die eigene Regierung arbeitet. Nicht darauf, was sie erreicht. Gibt es keine Protestbewegung, die ein Gesetz unterstützt, muss mindestens eine Interessengruppe in der Regierung es unterstützen. Gesetze, die die neue Regierung zu beschließen bereit ist, werden bei der Umbildung angezeigt. Sie sollten allerdings auch darauf achten, sowohl die richtige Mischung von Interessengruppen als auch die nötige Legitimität für die kommende Zeit zu haben. Interessengruppen können die Regierungen beitreten oder sie verlassen. Ist die Interessengruppe Teil einer Partei in einem demokratischen Wahlsystem? Ist die ganze Partei entweder in der Regierung oder in der Opposition? Versuchen Sie die Regierung so umzubilden, dass sie mehr als 60 Legitimität hat. Wenn nicht, kommen Sie später wieder und versuchen das erneut. Das werden wir nicht hinbekommen. Ich glaube, das ergibt sich aus diesen Prozentzahlen hier, aber für jede neue kriegst du, glaube ich, minus 20. Und da die ja alle nicht über 20 haben, funktioniert das nicht. Das würde funktionieren, wenn wir mal Parteien haben, glaube ich. Dann würde das funktionieren. Gut, welche Gesetze könnten wir denn jetzt hier Grundbesitzer wählen? Jedoch entstehen Parteien. Ja, tatsächlich. Wer ist da dafür? Da wären sogar fast alle dafür. Interessant. Sogar die beiden Radikalen, Gustav Norsho und Werner Mörner, wären dafür. Da würden die sich ein bisschen beruhigen. Die Gewerkschafter würden sich beruhigen, die Grundbesitzer würden sich beruhigen. Also das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann, nee, ich wollte nicht Erbverwaltung machen. Ich wollte einberufene Verwaltung oder irgend sowas machen. Schauen wir mal. Moment, haben wir gewählte Verwaltung. Na gut. Wir gehen mal auf Institutionen. Was haben wir denn da jetzt neu? Da haben wir noch das Gesundheitssystem. Wir können insgesamt fünf Investitionen haben. Haben bei der Bildung drei. Was die politische Stärke der Kirche auch gut erhöht. Haben bei Gesetzeshütern eins. Da könnten wir natürlich auch zwei machen. Da hätten wir minus 40 Prozent Staatsabzüge durch Aufruhr. Und wir würden sogar die politische Stärke der Grundbesitzer stärken. Dafür bräuchten wir aber 31 Bürokratie. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Okay, verstehe. Und da hätten wir das Gesundheitssystem. Im Moment haben wir plus zehn Prozent politische Stärke für die Kirche und minus fünf Sterblichkeit. Und hier hätten wir dann minus zehn Prozent Sterblichkeit. Aber auch hier bräuchten wir 31 Bürokratie, die wir im Moment uns nicht leisten können. Na gut. Warum hätten wir eigentlich gerade ein Minus? Minus? Ah ja, das ist die insgesamte Bürokratie, die wir im Moment dafür einsetzen müssen. Für diese Kombi, die wir hier haben. Ja. Gut. Soweit dazu. Herzlich mit Frankreich. Das ist auch schön. Ja. Dann denke ich mal, wir werden jetzt erst mal diese Runde für heute beenden. Schauen wir mal hier nochmal ganz kurz rein. Die Handelsrouten mit nur den Kopfweiß. Da haben wir ja schon das in die Wege geleitet, hier einen weiteren Hafen zu bauen. Was uns im Moment ein bisschen Minus bringt. Aber ich hoffe, dass sich das bald wieder normalisiert. Dann gehe ich mal rüber in den Quatschmodus.